Willkommen zum zweiten Unboxing diese Woche. Jetzt ist der zweite Teil der Käferlarven angekommen, den ich mir bestellt habe. Die Packs ist noch schön warm, top. Ich habe mir bestellt eine Anisorina Art. Anisorina Flavomaculata. Zehn Stück. Die werden jetzt gleich in ihre Zuchtbox einziehen. Da wird es noch mal ein Video dazu geben und das war es soweit von mir. Bis denn, tschüss. Bis denn, tschüss.